So, weiter geht's. Tomb Raider Level 2. Die Frage ist, warum bietet er mir nicht einfach einen anderen Slot an? Aber gut. Ein bisschen mehr Musik könnte sein. Die setzt er wirklich bloß in den Kampfszenen ein. Okay, muss ich mich beeilen? Oder gibt's hier noch? Hier gibt's nichts. Ich zieh mir zur Sicherheit die Waffen. Ja, siehste, siehste. Oh, shit. Okay. Hälfte dem noch. Ist aber noch zu früh, um Medipack zu benutzen. Habe ich aber auch nicht mitgerechnet. Hättest du es gewusst, hättest du dich hier so positioniert und hättest dann schon losfeuern können. Ich finde aber die beim Feuern das mit dem Springen so ein bisschen schwierig. Mal ein bisschen üben. Ja, das geht eigentlich doch ganz gut. Aber springen tut er dann nicht so häufig. Okay. Das war das. So, die kamen von hier. Die Frage ist auch, warum hast du hier so viele Wölfe in der Höhle? Ja, wo lang zuerst, ne? Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal lang. Sicher, sicher. Speichern. Sie hat doch anvisiert. Wusste ich doch. Oh, Gott. Schock. Noch einer? Okay, okay. So, hier ist doch irgendwas, oder? Ne. Bisher meide ich ja ein Mittelpart. Hier ist auch nichts. Gehen wir erstmal drumherum. Kommt bestimmt was, ja. Ich hab beide erwischt, was? Oder, ja doch, beide. Hauptsache nicht sterben, ist das Ziel. Okay. Boah, Alter. Puh. So, jetzt gehen wir mal hierhin und werden das Kleine benutzen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Leuchtet der mehr als die anderen? Ah, hier, guck mal. Das war ja Zufall. Ist aber auch nur ein kleines Medipack, ne? Waffen ziehen. Kommt jetzt einer, oder? Toll. Toll. Da ist was. Schön ist, durch das Anvisieren kannst du es immer schon erkennen. Hast du auch so ein leichtes Flattern gehört. Hier brauchen wir einen Schlüssel? No. No. Okay. Dann kommen wir anscheinend durch die Tür durch. Vielleicht ganz clever, erst mal den Außenweg zu nehmen. Okay. Krass ist, dass sie teilweise auch sehr verzögert kommen. Wieso leuchtet die Wand so? Warte mal, warte mal. Kann ich hier hoch? Siehst du aber, irgendwas ist mit der Wand hier. Okay. Okay. Ist hier schon wieder der Eingang? Ja, weil dann können wir jetzt in die Mitte. Wir haben schon mal alle Feinde drumherum besiegt. Ja, sehr gut. So, und da ist ein Wasser. Waren anscheinend wirklich alle Feinde. Was haben wir hier? Die kommen aber so bestimmt noch nicht. Uh. Na ja, fast. Kannst aber schon ein bisschen durchgucken, ne? So durch den Spalt. Ich wusste es, ey. Ey, lass mich in Ruhe. Alter. Gibt's auch Sheets für Medipacks? Komm, aber hier muss da eins rum. Ja, wahrscheinlich genau dort, ne? Da, wo der Bär liegt, da liegt doch was. Oder? Ist das hier nicht? Ui. Ah, nee. Ist das Ding von dem... Was soll das überhaupt sein? Tränken? 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 Wo wir gerade sind, müsste irgendwie der letzte Rückzugsort der Maya sein. Wo kam denn aber der Bär her? Hier geht's hoch. Waren wir da schon? Ich würde sagen, wir stoßen uns mal ins Wasser. Was siehst du, da hast du Steuerung rausbekommen? Ah, okay. Kann ich schießen unter Wasser? Muss ich schießen unter Wasser? Ähm, okay. Ich bräuchte ein bisschen Luft demnächst. Okay. Ah ja, okay. Hier hat sich was geöffnet. Mit der Luft wird's langsam kritisch. Ah, sehr schön. Nein. Ich sterbe nicht. Cool gemacht. Yeah, okay. Waffen. Gibt's hier Moneten? Ja, ich bin noch hier fürs Geld. Ist halt auch die Frage, ob du dann gleich tot bist. Ja, okay. Da ist ein Schalter. Naja, okay. Ähm. Ja. Weiß aber nicht, ob das Sinn der Sache ist. Vielleicht bleibt das ja permanent offen. Kann ich eigentlich... Nee, Waffen kann ich nicht ziehen. Wehe, ihr habt ihr gerade auf den Popo geguckt. Ich muss sagen, die Unterwassersteuerung ist überraschend gut. Erstmal hier so ein bisschen durchforsten. Warum ist das andersfarbig da, die Partie? Guck mal, da ist noch irgendwas. Ah, gucke mal. So, warte mal, wo? Komm ich hier ja da, ne? Luft wird ein bisschen kritisch. Beeile dich. Hier, ne? Ja. Keine Zeit zum Atmen. Warte, Junko war nur offen. Da. Hier, oder? Glaubt, das war das. Hier. Ne. Das hier? Ne. Hat sich schon... Ah, da. Das müsste es sein. Wie geht ihr zu? Und was hat sich getan? Kein Plan was. Oh, hier. Das vielleicht? Ich dachte, das Fell wäre jetzt irgendwas. Ist das hier unten? Sieht mir aus nach... Da falle ich durch. Speichern. Ich würde es gerne ausprobieren eigentlich. Das erinnert wirklich so ein bisschen an Doom. Hörte auf mit der Musik. ok da unten ist irgendwas erst mal Kopf gestoßen kann ich leicht zurückgehen sie fällt runter ach Mist keine Gegner ok hier kannst du bestimmt irgendwas machen die Musik ist Wahnsinn verschwindet in der Wand ach cool die neigt ja sogar ihren Kopf mit können wir durchgucken jetzt müsstest du irgendwas sehen also x macht nix dann hörst du wie es gegen das Metall kommt ne ja lustig Frage ist jetzt tatsächlich ok ne 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 und wie komme ich hier wieder raus dachte man fällt hier irgendwie durch doch mit x ja darf doch ähm können wir Yoga oder ach guck mal ich hab gezogen lustig boah die Animation ist voll gut für Playstation 1 das ist Hammer ne 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 spring genau naja das ist halt immer das blöde weil weiß nicht bei Rätseln ich brauche immer ein bisschen wie das so in Youtube Form ankommt ich meine die meisten die das gespielt haben die wir erstmal ein bisschen gebraucht haben nehmen sie es sehr gut ja gut glaub da kommen wir irgendwie nicht mehr durch ich wette ich muss den Block nach hinten verschieben ja ich wollte springen gucken uns das ah warte mal was ist wenn ich den hier rauf schiebe ne 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 wie so Bodybuilder wie so da ah guck mal da hinten geht es weiter ja mach doch weiter ok wo sind die Feinde da 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 irgendwo hier ich höre was ich höre was ach da oben hm ich hab aber auch bedrohlich langsam ne mit und will nicht wissen was das Zeug auf Ebay wert ist dann nicht sieht sieht erstmal sicher aus ok hallo bin da gut da oben ist aber auch noch ne Plattform guck mal guck mal hier liegt ein Schlüsse vielleicht können wir da mit am Anfang lang also aufheben ist ein Krampf sehr schön sehr schön ok hier muss irgendwie ne Trophäe umfass sein hm keine Ahnung werden wir werden wir vielleicht noch rausfinden so ein Schlüsse haben wir das heißt wir können jetzt hier erstmal zurück also wenn die Rätsel auf dem Niveau bleiben wäre es ok ist halt die Frage ja ne eigentlich müsste man so hoch kommen ne frag mich ja immer noch wie so dieser Fleck am Boden da war spring doch einfach Leather sag mal gib dir ein bisschen Mühe ne 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 schieb mit Anlauf coole Animation krass ne 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 soll schieben ja könnte vielleicht auch ausreichen aber Leather bitte als ob man so einen Stein schiebt mit Anlauf weißt du drei Tonnen des Ding kriegst du natürlich bewegt aber nicht mit Anlauf Leather schafft das ne 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 schieb ist aber cool gemacht die Animation Warten wir nicht zu weit ja komm äh 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 wollt ihr mich ähm wo ist die Tür hin ach da ok dachte hä irgendwas haut hier grad nicht hin ähm gibt ihr mal ein bisschen Mühe ja 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 wenn ich den weiter weg schiebe ne ne dass ihr so einen Laufsprung macht bis da komm ich doch gar nicht weiter oder doch könnt ihr natürlich den Stein bis hier durch schieben dann könnte ich hier vielleicht hoch naja ok ok ich hoffe das ist das Lezel des Rätsels Lösung das wundert mich halt hier ok gut reichte schon so sie schiebt dann automatisch weiter ja das müsste die Entfernung sein zieh ich hier mal ist das die ja so müssten wir dann durch die Lücke kommen